ja hey leute und heute gibt es seit langem mal wieder ein video auf meinem channel und heute möchte ich ein video dazu machen den vergleich zum ipod touch 3g hier auf der linken seite sehen könnt und dem ipad 2 ich habe mir jetzt einfach mal zum geschwindigkeitstest ein spiel rausgesucht das ist need for speed shift 2 das ist im moment kostenlos im app store gibt und werde das jetzt einfach mal gleichzeitig starten und dann werden wir gleich sehen also hier sind wir schon im spiel drin hier jetzt noch immer so hier ist die meldung schon längst da und hier kommt jetzt auch erst und jetzt gehen wir weitem halt schnell probefahrt so und bei beiden auf das erste level und dann okay also ich habe jetzt schon früher gestartet aber trotz alledem wird das hier noch das schnellere sein also hier haben wir jetzt schon die erste strecken ansicht hier fängt es auch ist gerade ja an so hier können wir schon losfahren können wir sie auch mal bestätigen und von der grafik her ist hier das ipad 2 schon einiges besser also die grafik ist vom spiel auf einem ipad bzw auf dem tablet pc wirklich sehr sehr gut hier drüben beim ipod da ist das ganze schon irgendwie so ein bisschen unscharf und das war's danke dass sie mir zugeschaut habt und wenn euch noch mehr solche videos interessieren schreibt es doch bitte in die kommentare und ich kann euch jetzt schon mal sagen dass in nächster zeit endlich mehr videos kommen werden danke ciao